Du kennst uns aber, du kennst uns aber, du kennst uns aber, ich kenn euch wirklich nicht, bitte, lasst mich in Ruhe anhören, bitte, ich bin kein Fettsack, bitte, lasst mich mal in Ruhe, ich möchte jetzt abhauen, wo sind wir hier überhaupt, nicht dass wir uns festnehmen, warum habt ihr mich, 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 mein Name ist Mehmet, Freunde, und zwar, Freunde, der eine oder andere hat es schon gesehen, wer uns auf Instagram folgt, einmal hier, einmal folgen, bitte, da seht ihr alltägliche News, was ihr hier gar nicht seht, und wir waren die Tage in Essen, wegen das Boxkampfturnier, Freunde, ihr wisst Bescheid, diesen Turnier haben wir sehr, sehr sportlich beendet, Freunde, es war krank, der eine oder andere YouTuber war dabei, und jeder hat mit Herz gekämpft, und Viertelfinale, Halbfinale, Finale wurde gedreht, die Videos werden wir die Tage, beziehungsweise die Wochen bestimmt hochladen, aber bis dahin wollen wir Fettwelle machen, Freunde, ja, ihr werdet halt sehen, wer im Viertelfinale war, wer im Halbfinale war, wer im Finale war, was wir heute vorhaben, Freunde, meine zwei kleinen Schwestern sind gerade drüben bei meinen Eltern, die werde ich gleich hier hinholen, ich werde so tun, als ob ich mein Gedächtnis verloren habe, ich werde halt so spielen, als hätte ich meine Erinnerung verloren, als hätte ich mein Gedächtnis verloren, so, dass ich die nicht mehr kenne, dass, wenn die mit mir sprechen, ich zu denen sagen werde, hä, wer seid hier, halb so tun, Freunde, dass ich einen Unfall hatte, die sehen es, ihr wisst Bescheid, und ja, ich werde gucken, wie die reagieren, es wird bestimmt lustig, Freunde, bleibt bis zum Ende dran, dann würde ich sagen, ich platziere nochmal die Kamera, und dann hole ich meine kleinen Geschwistern, und dann wird das echt sehr lustig, und dann würde ich sagen, bis gleich, tschu. So, Freunde, die Kamera ist platziert, ich hoffe, das sieht man gut, das sieht man gut, denke ich, auf jeden Fall, Freunde, ich werde jetzt meine kleinen Geschwistern jetzt drüben mitnehmen, sobald die hier sind, werde ich so tun, und es so spielen, und denen so zeigen, so, hä, warum seid ihr hier, wer hat euch gerufen, wer seid ihr, also ich werde es so tun, als ob ich die gar nicht kenne, und die werden natürlich geschockt sein und sagen, hä, du hast uns doch gerufen, ja, so werden wir das halt machen, Freunde, ich würde sagen, ich hole die erstmal, bis gleich, tschu. Ja, was macht ihr hier? Ja, wer seid ihr? Ja, wer seid ihr? Ja, wer seid ihr? Hey, wer bist du? Ja, hörst du da, hä? Hey, warum seid ihr hier? Aber du hast uns doch gerufen. Hallo, einmal raus, wer seid ihr? Ich kenne euch gar nicht. Hä? Du bist doch Männer, David. Hä? Du machst einen Witz. Ich kenne euch nicht, wer seid ihr? Wie heißt du? Ich bin acht Jahre alt, ich weiß alles. Wer bist du? Du bist Männer, David. Ich kenne euch wirklich nicht, wer seid ihr? Du bist doch Männer, David. Hä? Hä? Ich verstehe nichts. Ich auch nichts. Er wird der Kasse und sagt, was... Ich habe euch gar nicht gerufen. Nein, endlich, wer seid ihr? Du hast uns gerufen. Ich verstehe dich nicht. Ich auch nicht. Du hast uns krass. Wie heißt du? Verröschter, dein Schwester. Wer bist du? Ich heiße Lavin, dein Schwester. Hä? Nein, das kann gar nicht sein. Du kennst uns. Nein, ich kenne euch nicht. Doch. Bitte geht raus, ich kenne euch nicht. Du hast uns gerufen. Hä? Ich habe euch gar nicht gerufen. Nein, das stimmt nicht. Nein. Ihr wisst nicht, wie ich heiße. Doch, du heißt mein Mann Ali. Was redest du da? Ich heiß gar nicht so. Doch. Ich kenne euch nicht. Wie heißt du sonst? Das interessiert dich überhaupt gar nicht. Und ich auch nicht. Ich bin dein Schwester, Leuchter. Ich bin dein Bruder? Ja. Hä? Wollt ihr mich komplett verarschen? Geht mal bitte hier raus. Wir haben seit 2, 3 Jahren Video mit uns. Ich kenne euch aber nicht. Doch, du. Keiner hat euch hingerufen. Doch, doch, du. Vor 2 Minuten erst. Nein, das kann gar nicht sein. Bitte geht raus. Ich bin nicht hier hingetraut. Oder schuld die Polizei. Nö. Ich kenne euch nicht, ehrlich. Jetzt schuld die Polizei. Es kann nicht sein, dass ihr einfach hier reinkommt. Ja, du hast was gerufen. Ich habe euch gar nicht gerufen. Das könnt ihr mir jetzt nicht sagen. Alter, da wäre ich langsam sauer. Du hast uns gerufen. Ihr seht wie Zwillinge aus. Ich kenne euch gar nicht. Ich habe keine 2 kleinen Geschwister. Doch, weißt du, wer das ist? Wir sind da. Na, hä? Ich kriege langsam Angst von euch. Ihr kommt einfach in meine Wohnung rein. Und ich kriege langsam von dir Angst, weil du die ganze Zeit sagst, Herr Werbe, wir sind doch deine Geschwister. Nein. Doch. Hör auf, sowas wieder zu sagen. Ich glaub du doch. Traum ist ein Traum. Ich träume nicht. Und da wirst du langsam frech. Ich kenne euch wirklich beide nicht. Du kennst uns. Ich kenne dich nicht. Doch. Wo sind wir hier überhaupt? In deinem Haus. Das ist nicht mein Haus. Warum bin ich hier? Wo ist deine Freundin? Wo ist deine Freundin? Freundin? Ja. Ich habe eine Freundin? Ja. Ich habe keine Freundin. Doch. Gar nicht. Kann das ein Heim sein oder was? Ein Heim? Ich weiß nicht. Wie bin ich hierher gekommen? Oh mein Gott. Ihr zwei kleine Mäuse, ihr habt mich hierher gebracht. Ich bin ein Maus. Wer bist du denn? Ich bin ein Mensch. Ach so. Ach ja. Ach ja. Schön frech seid ihr beide, ne? Ja. Ich kenne euch gar nicht. Ich hole mal... Du kennst... Aber du bist lustig. Ne, ich hole die Menschen im Blau. Das geht überhaupt gar nicht. Du kennst doch. Hallo. Wer sind sie überhaupt? Ich kenne das Handy selber nicht. Wen gehört das Handy? Das ist jetzt mein... Ja, warum nimmst du es? Interessiert euch nicht. Gebt mal beide zur Seite. Ich kenne euch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ihr... Du kennst uns. Du kennst... Warum soll ich euch kennen? Du bist unser Bruder. Nein. Ich bin nicht euer Bruder. Doch. Macht mir keine Angst. Ich rufe jetzt wirklich die Menschen im Blau. Doch. Nein, das kann gar nicht sein. Doch. Ich rufe die jetzt an. Doch. Nein, ich kenne euch nicht. Hallo. Doch. Ich kenne euch nicht. Du kennst. Geht mal hier bitte raus. Wo bin ich hier überhaupt? Du bist mein Haus. Haus. Ne, ich schicke euch hier raus, bevor die Menschen im Blau gehen. Raus. Du bist... Du bist unser Bruder, Bruder. Ich bin nicht euer Bruder. Doch. Warum bin ich euer Bruder? Du bist unser Bruder. Ich kenne euch aber nicht. Aber du bist unser Bruder. Raus. Wie heißt du nochmal? Du bist unser Bruder. Love ihn. Und wie heißt du nochmal? Wie heißt ich, Bruder? Mehmet. Mehmet. Du sag doch immer, wenn wie du... Äh... Du kannst mir nicht sagen, dass ich Mehmet heiße. Du brauchst mir keinen Namen zu geben. Du heißt... Du heißt... Mehmet. Ich heiße dich Mehmet. Raus. Ich weiß es nicht. Alle beide. Geh nicht raus. Wir warten, bis du... Wenn... Ich bin in einem fremden Haus. Ist das euer Haus? Ist das eure Wohnung? Das ist dein Haus. Das ist dein Haus. Ich weiß es nicht. Das ist dein Haus. Alle beide raus. Schnell. Aber ich kenne euch beide nicht. Ja, aber ich bin deine Schwester. Wenn die Polizei hier ist, was sollen die denken? Polizist kommt nicht. Bitte. Schnell sie mich hier raus. Bitte sonst gehe ich hier raus. Ich kenne euch wirklich nicht. Ich meine das langsam her. Wenn du raus kennst, dann gehen wir auch raus. Nein, bitte raus. Nein, du kennst uns. Nein, bitte lass mich los. Du kennst uns. Warum lässt ihr mich nicht los? Ja, du bist euer Bruder. Ich bin nicht euer Bruder. Mann. Doch. Ich kenne euch nicht. Doch. Nein. Doch. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Lass mich langsam in Ruhe. Ich wohne in Afrika, aber nicht hier. Oha. Was Oha? Was ist das Schokolade? Nein. Was ist Schokolade? Schokolade. In Afrika gibt es Menschen, die sind ganz braun. Ja. Und du bist weiß. Ja. Aber du bist unser Bruder. Ich bin ein Bruder. Doch mal verstehst du das immer noch nicht. Ihr habt was vor. Ich geh jetzt langsam. Nein. Nein, du bleibst hier. Ich kenne euch nicht. Du kennst uns. Wie alt seid ihr? 20? Oha. 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 Wir sind noch klein. Du sagst uns. Nein. Nein. Ich bin mich langsam verarscht. Nein, lass mich bitte in Ruhe. Du kennst uns. Nein, bitte. Ah, mein Arm. Mein Arm. Bitte. Du kennst uns. Nein, ich will euch nicht kennen. Ich kenne euch einfach nicht. Du kennst uns. Nein, bitte. Du kennst uns. Du kennst uns. Bitte. Ich bin kein Fettsack. Bitte. Doch, mach mir deinen Bauch aufsicht. Lass mich mal in Ruhe. Ich möchte jetzt abholen. Du bleibst hier. Verstanden? Wo sind wir hier überhaupt? Nicht, dass du Pulte uns festnimmst. Wir sind bei deinem Haus, weil sie deine Schwester ist. Nein, seid ihr gar nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Hallo, Kleine. Bitte lass mich. Ich kenne dich wirklich nicht. Du bleibst hier. Nein, bitte. Du bleibst hier. Ich werde jetzt sauer. Nein, ich geh jetzt. Du bleibst hier. Nein. Und du kommst nicht mal rein, weil ich den Schlüssel habe. Ja, guck. Ihr habt mich einfach in eure Wohnung gebracht. Lass mich. Oder nein. Ich mach die Tür zu. Nein, nicht die Tür zu. Ihr wollt mir wehtun. Hallo, lass mich. Nein, du bleibst hier. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Bleibst hier. Nein. Was hast du da gemacht? Nein. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Wir sind deine Schwestern. Wir sind deine Schwestern. Guck, das ist deine Freundin. Ja. Lass mich. Nein, bitte. Da ist die Kamera. Du hast uns geflankt. Ja. Boah, du bist so ein... Du hast uns geflankt. Braak! Super. Braak, 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 braak. Das war nur ein Braak. Habt ihr Angst bekommen? Ja. Sei ehrlich, habt ihr Angst bekommen? Doch. Aber wie ich ihr gespielt habe, die haben mich einfach festgehalten und nie wieder losgelassen. Habt ihr keine Angst bekommen? Nein. Keine Angst bekommen? Ehrlich jetzt? Ihr habt sehr, 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 sehr schön gemacht. Halti, ihr wolltet mich ehrlich nicht gehen lassen, ne? Habt ihr keine Angst bekommen? Aber ich hab echt die Ehrlich-Tür abgeschossen. Ehrlich? Habt ihr ehrlich die Tür abgeschossen? Krass. Ey, ihr braucht keine Angst bekommen. Und Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Meine kleinen Geschwistern, die beiden, Rojda. Und einmal, wie heißt du? Lavi. Lavi uns? Rojda. Ihr habt sehr, 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 sehr schön mitgemacht. Ja, Freunde, das wär's jetzt mit dem Break. Ey, ich dachte, ihr weint gleich oder so, ne? Aber ihr habt mich übelstark gehalten. Ich hab mich erschrocken. Ja, ne, hast du Angst bekommen, ne? Natürlich war das nur ein Spaß. Ich weiß noch mal, als ich gesagt hab, ich bin 8 und ich weiß, was du machst oder irgendwas. Ja. Das sollte einfach sein. Ich hab mein Gedächtnis verloren. Also, ich kenn euch nicht mehr. Ich hab meine Erinnerung verloren. Also, ich weiß nicht mal, wer ihr seid. So hab ich das gespielt. Dass ich so tun werde, als ob ich nicht weiß, wer ihr seid. Weißt du, was ich meine? Ja, Freunde. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, wie die das gemeistert haben, die beiden hier. Auf jeden Fall hätte ich nie gedacht, dass ihr so mitmacht. Ich dachte, ihr eskaliert Dreck und weint und geht zu Anne oder zu Baba. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Freunde. Folgt uns noch hier auf Instagram. Und ja, für mehr solcher Projekte, schreibt mir auf jeden Fall krasse Ideen. Und ich würde dann sagen, Freunde. Das wär's jetzt von hier aus. Mach so. Tschau. Tschau.